jawohl herzlich willkommen zu einer weiteren folge vor als gegen gameplays hier ist er der naschzahn auf englisch der tief extra falsch geschrieben aber auch hässlich das teil also wirklich schon wenn man schon kaum damit rechnet dass es irgendwie noch zu toppen geht man kann nichts hässlicheres mehr ins spiel bringen glaubt mir eins die schaffen das epic games schafft es immer noch hässlichere skins in den shop zu bringen lassen wir es einfach mal laufen so leute wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt dann used gerne im itemshop den creator kurz sofort und gleich ttv darauf annehmen drücken unterstützungs kostenlos und ich würde sagen viel spaß mit dem video ihr könnt ihr mal gerne unten in die kommentare reinschreiben was ihr glaubt wie das zustande gekommen ist hier hat er irgendwie da was weiß ich ein kaugummi über dem kopf aufgeblasen und er ist dann explodiert i don't know erstmal gucken hier da ist er bei mir ja high five jawohl sagen gehen wir direkt ins gameplay rein auf der luft geholt nächsten gekillt und gestorben man hat ihn anfliegen gehört aber man hat nicht gesehen auf einmal zack war da gewesen krass seiner perspektive war da wirklich nichts zu sehen das war ich glaube ich da habe ich nämlich war ich mich bei ihm und habe mich umschlossen es war kein durchsichtiger das ist wieder ein replay fehler wenn ich jetzt blind beziehungsweise durchsichtig da unten holen soll ernst hm alle denn da hinten für ein schnippel da oben aus aus der blase raus gucken was ist denn das für ein zipfelchen für ein schnippelchen und da an der seite hinten da oben ist schon hässlich ne muss man nicht sagen da hinten dieses komische teil da das ist schon der rucksack ist auch crazy ne aber ich weiß ehrlich gesagt im moment nicht was mir lieber lieber wäre mein lebkuchen mann wobei mein lebkuchen mann ist hinten einfach der gingerbread mann ist einfach nur geil als rucksack ich liebe den aber das fies auch irgendwie cool sowas von pottenestig aber mega cool irgendwie na da ist jetzt mit dem batman da oben ähm da war doch der batman ist der batman tot und schon wieder der batman und schon wieder ist der batman tot oder sieht so aus gleich zwei stück von dem neuen anderen skin von dem kieferknacker oder der kieferknackerin mega beliebt kommt mega gut an das teil hat was ich renne jetzt wieder hier hoch ich bin wieder blind sag mal was ich bin schon wieder blind sag mal was ich sprich die ganze zeit wo ist dies Ja, oben rechts, unten links, die vier, da müsste mal gebohrt werden. Das sieht irgendwie nicht so wirklich gut aus. Zu viel Süßigkeiten gegessen, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und zu schlecht zähnig wurde. Es ist immer von oben nach unten. Immer von oben nach unten. Oder? Immer gegen, wie hieß das, immer mit dem Zahnfleisch, ne? Ja, so, so wird das nix. Meine Güte. Wann waren sie denn das letzte Mal beim Zahnarzt gewesen? Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet es nächstes Mal da ein, wenn es wieder da ist. Fortnite Skin Gameplay ist mit mir, der man gleich schaut rein. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss, benutzt unseren Creative Code sofort, du gleich steht TV.